Ich begrüße euch zu meinem neuen Themenvideo aus der Reihe Denkmal drüber nach. Mein Name ist Jörg Schock und heute geht es um das Thema Inkasso. Die Zahlungsmoral vieler Konsumenten lässt seit Jahrzehnten stark zu wünschen übrig und Mahnverfahren verursachen den Unternehmen hohe Kosten. In Auskunftteilen werden Daten dieser zahlungssäumigen Kunden gesammelt. Ein Video zum Thema Auskunftteilen findest du oben unter dem i. Aufgrund dieses Zahlungsverhaltens haben viele Unternehmen ihr Forderungsmanagement ausgelagert und an externe Inkasso-Unternehmen abgegeben. Einige Unternehmen haben jedoch, um höhere Gebühren erheben zu können, extra Inkasso-Unternehmen als Tochtergesellschaften des Unternehmens gegründet, was das Forderungsmanagement unseriös macht. Wenn ein betriebsinternes Mahnverfahren auch beim Erheben von Mahngebühren dazu führt, dass der Gläubiger nur die Hauptforderung und die Versandkosten ausgleichen muss, ist dieses bei den Anspruchnahme von Inkasso-Unternehmen anders gelagert. Nachweisliche Kosten für den Einzug von Forderungen können in Rechnung gestellt werden. Die Gebühren, welche von Inkasso-Unternehmen erhoben werden, sind jedoch nicht stark genug reglementiert, sodass aus einer Forderung von z.B. 15 Euro ganz schnell mehrere hundert Euro entstehen können. Ich bin der Ansicht, dass es Inkasso-Gebühren nur bis zu einem festen Betrag geben darf, der an der Hauptforderung gekoppelt ist. 20% Inkasso-Gebühren als absolutes Maximum, als Zuschlag auf die Hauptforderung, unabhängig von der Abzahlungslaufzeit, selbstverständlich zuzüglich der Kosten durch Versand der Mahnschreiben, sollte als Gebühr reichen, um den Gläubiger die Möglichkeit zu geben, von den Schulden runterzukommen. Da diese Gebühren ständig neu erhoben werden und immer vor Ausgleich der Hauptforderung erst die Gebühren abzuzahlen sind, z.B. bei Ratenvereinbarungen, bleiben derzeit Gläubiger selbst auf geringe Hauptforderung Jahrzehnte sitzen, ohne dass ein Ende in Sicht ist. Diese Vorgehensweise halte ich für unseriös. Dass es wichtig ist, bei zahlungsunwilligen Gläubigern auch Druck auszuüben, dass diese überhaupt bezahlen, ist verständlich. Wenn jedoch dieser Druck Züge annimmt, dass mit Maßnahmen und Konsequenzen gedroht wird, die außerhalb der eigenständigen Rechte der Inkasso-Unternehmen liegen, sollten diese unseriösen Inkasso-Unternehmen mit strafrechtlichen Folgen zu rechnen haben. Einschüchternde, gesetzwidrige Drohungen darf es niemals geben und dürfen auch niemals folgenfrei bleiben. Hier bedarf es klarer Regeln und Gesetze für Inkasso-Unternehmen. Um es abschließend zu verdeutlichen, jeder sollte dafür Sorge tragen, nur so viel einzukaufen, wie man es sich auch finanziell leisten kann. Auf Kredit sollte für nicht notwendige Artikel verzichtet werden. Um den Überblick über seine finanziellen Möglichkeiten zu behalten, sollte mehr bar als per Karte gezahlt werden. Ein Video zum Thema Bargeld findest du oben unter dem i. Eine Verschuldung, erst recht wenn Inkasso-Unternehmen einbezogen werden, ist oftmals nicht mehr ausgleichbar. Inkasso-Unternehmen sind aber wichtig, um Forderungen einzuholen. Erst recht bei der stetig verschlechternden Zahlungsmoral. Dass es seriös bleibt und niemand überfordert wird, bedarf es jedoch stärkerer Kontrollen und Reglementierungen für das Inkasso-Geschäft. Vor allem müssen Gebühren gedeckelt werden. Aber wie seht ihr das? Sagt mir in den Kommentaren, ob ihr meine Ansichten teilt oder ob ihr anderer Ansicht seid. Ich würde mich freuen, mit euch über dieses Thema diskutieren zu können. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch sehr freuen. Um kein Video mehr zu verpassen, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Ich würde mich freuen, euch bei meinem nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Teilt das Video mit euren Freunden und Bekannten. Ihr könnt mir auch gerne auf Facebook, Telegram oder Twitter folgen. Euer Jörg Wenn ihr das Video bis hierhin verfolgt habt, werden euch die angebotenen Videos sicher sehr gefallen. Schaut auch gerne in die Playlist, wo ihr viele weitere Videos findet, um darüber nachzudenken. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren.